oder mal kurz jetzt manchmal wieder ff heißt ich noch mal von links gelesen aus ich glaube kalle hat heute wieder was richtig ist ein richtigen niveau absturz wenn ich wenn er wenn er mit euch aufnimmt alter hey ich selbst denn die wahl kann auch nicht mehr niedriger sinken ja eben das war kurz die kohle weil so leichte der schmitz deswegen hast du schon die antwort ist dann wird auch kippen habe ich die krone geohnt ein creeper ein creeper oder wie es guter sagen der halber 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 der kalle ernsthaft so man da ist oft das kotzt an nein gar nicht also bei mir noch nicht kotzt an dass morgen wieder schule ist halt ja aber wirklich ja finde ich auch dass man ausschlafen kann kurz übelst an ich hab ohne ach schwarze arsch fotze ich hab toilet nur mit tiernamen was wo ist warte mal warte mal den habe ich nicht verstanden ich hab toilet nur mit tiernamen ja wie soll affe giraffe giraffe affe aber das hat arsch und fotze gesagt also hier jetzt nicht die die tatsachen verdrehen also der vorteil an der scheiße ist ne ich krieg dias und muss nicht farben das ist doch gut ja das ist ja der vorteil an der scheiße es sind ja nur eure dias aber scheiße hängen an der konsti mit johnny aus der nordi dann darf ich bei dir so auftragsdinger hinstellen so wie oft du kalle für mich töten kannst zum beispiel wäre das möglich das einzurichten ich schicke dir dann so schilder oder so auf papier so nachrichten bilder post brief tauben waren gestern das kommt nicht die schilder tauben mit einem kleinen zombie drauf ne mit einem schleim keine dias mehr gefunden ja ne hast du gefunden schlange keine dias mehr gefunden jetzt mal hier serious gameplay okay serious gameplay halt deine fresse mit serious gameplay serious gameplay braucht niemand weiß so serious black ohhhh halt's maul ohne witz halt einfach dir in deine scheiß fresse nein doch Alex ich glaub die mögen das nicht bin let's player was erwartest du dass ich's maul halte ist unmöglich Niveau ja ne das ist fehl am platz bei youtube du tap du tap du tap sprichst du mal richtig ehrlich oh gott die lava erschreckt mich immer wieder ich komm jetzt zurück immer wieder dieselbe lava erschreckt mich ja dann sag ihm mal ich soll damit aufhören was lava erschreckt dich das lava erschreckt dich ja dann sag ihm mal er soll's lassen ich hätte dich jetzt so zerstört ich hätte dich jetzt so zerstört hab ich dich erschrocken ja man okay dann gehen wir mal zurück oder ja lass mal jetzt zu nico gehen dem alten nigger alles schwarz bei ihm ernsthaft was denn ernsthaft kracht weißt du john ich will so extra gucken dass wir so wenig wie möglich von sowas hier ja ja entschuldigung im dings haben ne dann kommst du hier und zerbrichst hier die ganze stimmung sie waren alle grad so lieblich drauf so voll so herzchen und so entschuldigung dann kommst du und bringst hier die n bombe geht gar nicht also ah niger sag mal was würdest du jetzt eigentlich nehmen ähm was würdest du jetzt eigentlich für ein wort nehmen damit sie sich nicht diskriminiert führen schwarze ich sage nur jango und chained afroamerikaner ey ganz ehrlich wenn ihr einen film mit der n bombe droppen sehen wollt dann schau euch jango und chained an ich würde john sagen ne ne warte wenn ich dann sagen würde dann würden sie sich grad grad dann würden sie sich äh ey jango und chained was heißt denn davon ganz ehrlich der film droppt die n bombe so oft ey jango und chained noch schlimmer ist dass man die schwarzen das sogar sagen alter jango und chained ja der film droppt die n bombe der ist zu schlecht das wortspiel ist so kacke das ist wieder jango ja das habe ich die ganze zeit gesagt du bob ich bin jetzt zu behindert um rauszufinden nico ja was suchst du ich aber auch was sucht denn hier ach hier ist deine äh monsterfalle sinn des lebens ich eben wo bist du ich bin bei deiner monsterfalle was sucht denn hier ich bin grad oben ne warst du bist bei meiner monsterfalle ja mann oh lol meine nicht vorhandene monsterfalle mhm weswegen ich glaub der ripser war schön ich hoffe der ripser war schön laut und richtig so übersteuert dreckig ne eigentlich nicht schade nico hör auf zu schnupfen ey kalle kalle geh mal da wieder raus bitte ok geh mal aus dem test raus geh mal da nein geh mal du musst da jetzt hinten zurück achso hinten zurück merkst du ne da wo es johnny am liebsten mag genau es ist voll schade dass jennifer heute nicht da ist ne aber wirklich achso wir nennen jeremy wir nennen jeremy jennifer wieso eigentlich weil weil er lieber eine frau gewesen wäre ja dann halt deswegen passt für mich als grund ihn jennifer zu nennen auch ist wie bei tc von hier nahmen einfügen hm nein ne ich wick hier keinen namen ein sollt ja auch nicht das ist ja der witz an der ganze sache meine gute ich kann dir ein bild von einem salzstängelchen einfügen dann wissen alle wie groß dann seiner ist ja man hab ich kein problem mit na dann verletzt mich total nein aber ich ich halte mich jetzt mal zurück mit deinen gangsterdisswitzen ja ich kann auch sagen dein bizepscock ist äh kleiner als meiner das wäre der schlimmste des ever wow 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 das wäre das wäre hardcore schon boh über übertreiblich da würde ich wenn ich jetzt vor wie viel zombies hier rumlaufen ey sind zombies spawner nein Jan ohne witzig finde ich mehr raus ich finde das irgendwie lustig muss ich jetzt ernsthaft mal sagen wir haben so viel gestrippt Alter ernsthaft Jan wir haben so viel gestrippt das weiß ich aber nicht mehr wie viele ekelhaft ekelhaft halt die schresse jetzt du hast dich ja faggots kein schau ich will da musst du sein ich weiß Kalle lacht innerlich grad immer noch hier drunter ist Lava verdammt Lava 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 kein scheiß alter Lava Lava Alex und ich haben heute mal auf dem Kanal bei den die haben jetzt 50 abonnenten weniger als das letzte Mal als sie rausgegangen sind Ich glaube sie sich welche gekauft hatten was, sie haben sich abonnenten gekauft? Ja Hast du nicht gemerkt dass da auf einmal von 70 auf einmal 370 Abos waren? aber ich habe nicht gedacht dass die sich abonnenten gekauft haben kann man denn so신 ja weißt du ab dem mut dood draußen waren ne? Dann waren halt auf einmal 300 Euro mehr da, ohne dass irgendein Video rausgekommen ist oder so. Obwohl, doch eins rausgekommen, einen Tag danach. Mit ganz viel Copyright. Ja. Das ist ja lächerlich. Ich weiß nicht, ob das immer noch da ist. Oder ob das schon da gestrikt ist. Doch, doch, das ist schon. Nee, das ist noch da. Glaube ich zumindest. Ja, da stand Slava Namen hier einfügen, Killers. Was so Dings gleich? Wie hieß das Scheiß? Video gleich nochmal. Da ist total von der Idee von Nils und mir abgekupfert wurde mit dem Wir reden über ein Gameplay drüber. Dann. Du stinkst. Ich hab rausgefunden. Ja, geil. Jetzt kommt der Teil. Aber ich verrat's dir nicht. Kannst du der Hülle versauern. Nein, das macht er nicht. Dann. Äh, Karte. Ich appelliere jetzt an deinen menschlichen, asozialen Willen. Bitte. Tu es. Gib ihm nicht die Koordinaten. Ich geh schon wieder nach oben. Warte noch fünf Minuten. Das heißt, mein Name wird ihn jetzt auch nichts mehr bringen. Also wenn ihr dann die, die, die Diamanten ver, ähm, multiplizieren wollt, sag ich jetzt mal. Ich komme gleich vorbei. Dann müsst ihr auf die Insel kommen. Alex, hast du Kohle? Viel Kohle? Nein, ich hab nur gut vier, fünf Stacks. Scheiße, ich... Oh. Ich hab nämlich keiner mehr. Achso, ich hab Lava Eimer. Scheiße, ich... Oh. Ich hab Lava Eimer. Ich hab Lava Eimer. Du hast Lava Eimer? Der Arme. Ich glaub ich Lava Eimer auf meiner Insel. Weil... Wegen... Baum. Weil Akazienbäume bei mir Steiner Texturen haben. Geil. Das war jetzt ein ziemlich guter Grund. Muss ja, ne? Hm. Aus dem Plan ich zur Zeit meine Brücke. Wie er Verlauf sein wird. Der wird an deiner Insel so ein bisschen vorbeiführen. Was willst du machen? Also unten am Wasserfall natürlich. Nochmal, was willst du machen? Boah! Ist dein Hirn heute ausgefallen oder was los? Mhm. Willst du die ehrliche Antwort oder die unehrliche? Nur so... Nur so als... Als... Ehrlichkeit währt am längsten. Bist du schwul? Mein Krok. Vielleicht? Er sagt, Ehrlichkeit währt am längsten. Mein erster Gedanke. Bist du schwul? Ehrlichkeit währt am längsten. Sagt er meiner Freundin, als sie mich verließ. Ich find's irgendwie witzig. Lol. Äh, ja. Man lacht nicht darüber. Man lacht immer so'n Scheiß nicht. Kali? Kalilein? Hallo? Das hat voll weh getan, als sie mir das gesagt hat. Ja, und dann... Ah, nein, Spaß. Und dann ging's wieder. Spaß. Ich hab... Na klar, dass Jan da lachen muss. Ja, ich bin... Hm. Also, wir betreiben hier immer noch Serious Gameplay, ne? Ne, ne. Ja. Fünf. Weg. So, ich komm dann mal. Ungerusht. Bin. Alles klar. Dann kommt dann mal. Brauchst aber lang. Muss ich schon sagen. Ich komm durchs Nether-Portal. Ja, mach... Mach was du willst, ey. Ist schon okay, weißt du? Oh, hier sind ja viele Akazien bei mir vom Wetterstoff. Bin echt blind. Ist schon ein Wettering. Jawohl. Was? Ich stelle erst mal ein Skelett drin. Da oben ist ne Kuh, das sieht bei meinem Faktor weg aus. Ich weiß nicht warum. Hm. Wer hat dieses Skelett denn reingelockt? Dieses... In Anführungsstrichen Skelett? Okay, ich komme. Ich hab vergessen, wie... Wie viele Blöcke war das nochmal, dass Spinnen runterfallen können, bis sie tot sind? Sieben. Mehrere. Mehr als... Mehr als ein Block. Ne Anzahl. Ne Anzahl von eins bis eine Million. Könnten zwei bis drei gewesen sein. Okay. Ab dann sterben sie bei mir immer. Ja, Alex, wir haben gehört, dass dich alle Pimp nennen. Ja, wie... Ja, pfff. Also mich nicht. Entschuldigung, wenn ich offiziell im Gegensatz zu euch allen hier Pimp My Ride geguckt hab und weiß, was Pimp heißt. Pimp heißt du nicht immer noch. Scheiße, das Rücken. Weißt du, was ein Pimp heißt? Äh, das hatten wir mal, glaub ich, gell? Ja, das hatten wir schon mal. Ein Anschaffer ist ein Pimp. Ey, das ist voll der Pimp, Alter. Ich glaub, ihr seid meine Huren. Ich glaub, ihr seid meine Hose. Pimp My Jetpack Jaw Ride. Minecraft, Java. Alter, Kalle, ernsthaft. Ich glaub, ich denk's mal, ja, Minecraft einmal neu installieren. Also wirklich nochmal ernsthaft, Kalle. Was machst du denn da? Warum fliegt denn da ein Bogen rum? Äh, ein Bogen rum. Äh, warum fliegt denn da... Achso, da ist ein Skelett. Weil da ein Skelett hockt. Ja. Ich hab mich grad eben gefragt. Da fliegt ein Bogen rum, kein Pfeil. Weißt du, ich seh so, ich seh dich so die Diamantblöcke hin platzieren, ne? Und ich seh so Pfeile auf dich zukommen, die so in schönen, in perfekten Bogen so ankommen. Gut, dann spiel ich jetzt mal auf 1.7.4, ob die Pfeilen. Und dich nicht treffen. Denk mir so, was macht Kalle da? Was macht der da? Ich hab auch eh keine Shade, also... Alter, nice. Du willst das XP haben, ja?